Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu WW2K60, unser kleines King of the Ring Turnier und wieder mit am Start ist der Rewano. Hallöchen, Onkel und Zuschauer. Und du darfst wieder auswählen zwischen zwei Figuren mal wieder. Mein Gott, ey, gibt's ja gar nicht. Und zwar entweder Mikey Whiprake oder JBL. Mikey Whiprake, JBL. Wie heißt der andere? Mikey Whiprake und JBL. Mikey Whiprake, ja, den nehm ich den Mikey. Okay, dann darfst du nach links. Okay, jetzt muss ich erstmal suchen. Mikey Whipplay. Whiprake. Ach, Whip, Whip, Whip. Sag nochmal bitte, wie heißt der? Mikey Whiprake. Da hab ich ihn, yo. Passt. Whiprake. Whiprake. Ich hab jetzt den. Shipwreck. Ich mit am meisten hasse. Darf ich schon wieder. Ja, hab ich extra genommen. Ah, extra. Und nur, weil du es jetzt gesagt hast. Und du hast sogar zwei Punkte mehr. Oh Gott. Na gut. Das wird ja nochmal so ein kleiner... Naja. Ich sag mal, wer von den beiden weg ist, der juckt keine Sau. Obwohl, der Mikey ist natürlich schon ein bisschen besser als der JBL. J-B-L. J-B-L. Äh, geil. Ja, ich bin gespannt. Hast du wenigstens deinen Hut weg? Ja, sauber. Gute Aktion von dir. Gute Aktion. Ach, yo. Was ist denn mit dir los? Was ist denn hier mit unseren, äh, normalen Moves hier? Klammergriff und so. Er dreht mir einfach aus dem Leben. Wafu? Seht ihr diesen Onkel hier, diesen Fernspieler? Der kommt einfach und macht einfach... Du, ich hab dir das extra gezeigt, wie man hier mal zum Beispiel in den Ring reinkommen muss. Ja, ich wollte ja, ich hab den X gedrückt, aber du machst ja den Move für. So, das hab ich gedacht, das machst du auch mal unfair. Nee, Quatsch, ja. Jaja, das gibt Rache. Mein kleiner Freund mit der Hose. Du hast so oft beim Knarren das erste Mal gleich rumgelangt. Ja, ich nie. Nein. Das ist auf Video. Ja, eben. Oh, der war gut. Der war echt gut, der Move grad. Yeah. Putschibayusi. Guck mal. Oh, die sind schnell. Die beiden. Yeah. Matrix. Okay, dann gehen wir mal alles durch. Was haben wir denn noch so anzubieten hier? Oh je, das sieht gefährlich aus. Ja, 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 ja. Deine Hand ist verletzt. Die fällt dir ab. Okay, gehen wir mal nach unten. Oh, ein Bodyslam mit Mühe und Not. Oh nein, er kommt raus. Oh nein, er kommt raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dö, 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 dö. Hallo, ich bin's. Und wieder drauf Yeah Oh man, die haben nur drei Felder Kein Wunder Dass hier nichts abgeht Und nochmal der Lange Und auf dem Bein, auf dem Arm meine ich Guck mal wie er zuckt Oh oh Das tut weh Und absolutly Ah, da geht er raus Da geht er raus aus dem Haus Du hast so Glück gehabt Ich wollte dich gerade packen Ich wollte dich gerade anfassen Na dann komm rein Weil ich trau den Schiedsrichtern Nimm ihn immer da Der stellt sich wieder im Weg rein Weißt du So ein Drecksack Oh, jetzt wird meine Birne geschrubbt hier Ja Die Attacke kann man noch nicht mal blocken Das ist ja das Schlimme Ja Es wie Siegfried Ach, da kommst du noch raus Nein Ich dachte, der macht den jetzt Oh, das ist ja echt ärgerlich jetzt Das hat mich ein bisschen verletzt Ich lege mir diesen Oh 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 Ich bin so zärtlich Und schlag so ganz vorsichtig Und du gibst mir gleich hier so ein Ne, so ein Auerbreaker hier Ja Ich geh Ja, ich bin der Beste Ich geh wieder rein Ja Gott sei mit uns So Hauen wir mal drauf hier Hallo Ja super Oh, meiner ist gleich wieder bewusstlos Na einer Attacke Oh, bitte lasst klappen Bitte lasst klappen Bitte lasst klappen Nein Das gibt's doch gar nicht Immer denke ich Träume von einer Aktion Und was kommt am Ende raus Ich liege am Boden Und schwitze Ich finde das so geil Oh Aua Du musst ja gleich wieder voll übertreiben Oh, er macht gleich ein Cover Ne, oder? Schau mal ein Finisher Achso Echt? Ein Close Line? Mhm Close Line vom Hell Oh, okay Ja, dann ist okay Ich dachte, das wäre jetzt so ein Close Line Oh, wenn ich auch so ein Pin machen würde Das Ja Aber das ist Ja, ja Ach, komm schon Ich hab genau richtig gedrückt Bin schwer Geh raus mit dir Du Lump Er fummelt wieder da rum Das kann ja nur ein Tisch sein Ich hau die Ringseile Die sind gewöhnlich Geh doch mal weg, Sau Dass ich rein kann Meine Ja, komm Du machst das ganze Spiel auf Ja, ich dreh mich Du meinst, ich komm rein, wenn du Gehau ab Okay Okay, weißt du, was ich gerade mach? Ein Table Dance Warte, guck Ich mach ein Table Dance Ja, Leute So hat's angefangen mit Table Dance Ich werd das geil So, komm rein Komm rein, du Trau dich Fertig Warte, bin ich jetzt so fertig Kann ich jetzt einen Move machen Wow Der, der war schön gewesen Das war ein harter Schlag, glaub ich Man, das ist gleich am Tisch Durch den Tisch Ja, liebe Leute Heute habt ihr gesehen Wie es mit dem Table Dancing angefangen hat Oh oh Das sieht nicht gut aus Oh yeah Oh Wir waren oץ Ach komm schon Oh, man er hat schon echt lädiert Du hast mich schon leicht zerstört. Nein. Bist auch nicht besser. Ja, mit deinem Russell. Nicht schlecht. Gab ich jetzt nochmal rein? Ich will den Ring. Oh, ich hab ein F. Ich hab ein F wie Friedrich. Oder Zerstörung. Rivano, steh auf. Sei einmal ein Mann. Steh auf. Ach nein. Ach komm. Das war nicht meine Absicht. Ja. Der übelste Bodyslam, den ihr jemals gesehen hast. In your life. Komm raus, komm. Das gibt's ja kaum. Verpiss dich. Komm. Ich hab mich nur bewegt. Jetzt komm rein. Mann. Das ist so ein mega Schiss-Outer-Typ. Bam, Finisher. So ein mega Schiss-Outer-Typ. Das ist so Wahnsinn. One, two. Oh, da komm ich raus, ne? Genau das ist wie unerwartet dein Close-Life-Full, wo ich gedacht, das ist gar kein Kammerer. Aber das ist gut. Ja, sei froh, JBL ist eh kacke. Der war jetzt geil. Der kommt rein. Bumm. Ich hab nur drei gedrückt. Hast du nicht mitgerechnet, dass ich dich finische, oder? Naja, gut. Okay, das war's für heute. Und wieder mal er gewonnen und wieder mal ich verloren. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ich wieder verliere. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.